herzlich willkommen zu meinem neuen video liebe crypto freunde auf token insider ihr könnt diesen kanal wahnsinnig unterstützen wenn ihr ein like oder ein abo da lasst falls ihr das noch nicht gemacht habt oder einfach eure meinung zu dem video einmal in die kommentare haut damit habe ich die möglichkeit mit euch in kontakt zu treten zu lesen was euch interessiert oder was ihr zu dem video sagt und damit helft mir helft ihr mir auch wahnsinnig zu entscheiden was ich in zukunft videos mache dementsprechend danke euch schon mal für eure rege teilnahme an diesem an dieser community und jetzt geht es auch schon los es gab ein paar neuigkeiten in der welt der crypto tokens und nfts das erste ist eine meldung die gerade heute ganz ganz frisch reinkam und ich waren sie nicht interessant finde es auf beiden ist es jetzt möglich tesla aktien zu kaufen also nicht ganz aber aber so ähnlich es gibt also einen neuen trade eine neue trading kategorie in beinance in der man mit bios die teilstücke von tesla aktien und in zukunft auch anderen aktien kaufen kann was ich erstmal schon allein deswegen waren sie nicht cool finde weil weil tesla aber auch generell aktien ist wahrscheinlich für jeden investor auch noch ein thema um etwas diversität in sein portfolio zu bringen man sollte sein geld nicht nur in crypto haben auch andere sachen sind da interessant und auch vernünftig das ganze so ein bisschen aufzusplitten dementsprechend ist es cool wenn man natürlich sein geld seine assets nicht mehr auf tausend verschiedenen plattformen haben muss beinance macht jetzt also möglich dass man sagt ja okay ein teil meiner meiner assets oder oder teil meines vermögens möchte ich jetzt in b usd umwandeln oder ich kaufe damit b usd stable tokens und damit wiederum kann ich dann teile teilstücke einer aktie kaufen und diesem fall jetzt ist tesla die erste die da aufgenommen wurde in die plattform das heißt ab heute glaube ich kann man tatsächlich schon diese diese teil stücke kaufen das ist auch relativ easy ich zeige euch mal wie das funktioniert es geht auch recht einfach also ihr geht auf beinance hier oben ist dieser trade trade reiter dann geht die hier auf stock token und wie sieht mich hier sieht man dann schon die tesla aktie ja und hier rechts ist dann der trade button da geht ihr drauf und wenn die seite dann lädt weil jetzt gerade eben hat sie als ich probiert habe nicht geladen wahrscheinlich weil viel los ist und überladen aber ja wie man sieht hier kann man das dann auch schon sehen wie das ganze funktioniert und ich glaube für deutschland ist es noch nötig dass man sich dann noch mal legitimiert das ganze wird wahrscheinlich dann über post ident funktionieren oder wie auch immer auf jeden fall muss man seinen personalausweis dann wahrscheinlich einmal fotografieren und sich bestätigen lassen und schon kann man loslegen ja ich finde ich ganz interessant ich bin sehr gespannt was da als nächstes noch aufgenommen wird ähm tesla finde ich macht auf jeden fall sinn weil einfach eine der absolut interessantesten aktien da draußen jetzt auch zu kaufen finde ich ist erst tesla sehr interessant weil tesla ähm genau das ist auf jeden fall schon mal die erste nachricht heute die mich sehr erfreut hat und generell wie gesagt ich finde es einfach cool auch dass ich dann meine mein portfolio oder meine assets nicht mehr auf drei verschiedenen plattformen irgendwie haben muss und dann das eine ist dann hier auf der app und das andere ist dann dort und das ist alles nein alles auf einer plattform finde ich richtig cool und vor allen dingen weil man auch dann mit fiat geld gar nicht mehr rum machen muss weil es ist ja schon auf der auf der auf der krypto plattform man muss es einfach nur noch kaufen und dementsprechend super cool ich glaube die meisten von uns möchten sowieso nur noch ihr geld in krypto haben oder in irgendwelchen anderen assets und nicht mehr in fiat geld von daher ja super schritt in die richtige richtung eine andere nachricht ist vor ein paar tagen reingekommen das war jetzt am 10 das sind zwei tage her die wwe die world wrestling entertainment hat angefangen nft tokens anzubieten ähm und was für was für tokens fragt man sich ja sehr sehr coole tokens ich zeige es euch einmal und zwar noch gibt es nur den undertaker als sozusagen ersten drop das ganze ist schon am samstag losgegangen und hier sind so ein paar nfc's die man sich kaufen konnte die meisten sind also hier auch schon vorbei oder aus ausverkauft ich denke dass da noch mal einige dazukommen werden in den nächsten tagen aber wenn man sich die einfach mal anguckt ja wie cool wie cool ist das i love it also ich würde wenn ich reich ein reicher mokel wäre würde ich sagen nimm mein geld here is my money ja also sowas so eine geile idee auch von wwe das äh zu machen weil es gibt ja auch so viele wrestling fans wir alle sind damit im prinzip ja aufgewachsen viele von uns glaube ich in der kindheit große world äh große wrestling fans gewesen ich war jetzt zwar nicht der der mega geek aber es gab es gab viele ich kannte einige leute die ja so wirklich richtig richtig krank ähm kranke fans von von wrestling waren und ich fand es auch immer cool und dementsprechend gute idee äh chapeau wwe nächstes thema christie's auch dort wieder ein neuer nft hype die frage ist ja schon berechtigt ob nft der hype schon vorbei ist ich sage ganz klar nein und zwar ganz einfach weil das hier christie's verkauft ein set von neun seltenen crypto punks als nft und boah wir können ja mal kurz eben uns hier die preise reinziehen ähm wo wie also für wie viel die dinger weggegangen sind äh da fallt ihr vom glauben ab weil das sind im prinzip wieder nur das sind ja im prinzip nur in dem fall solche acht bit jpegs und ähm da ging halt ein einziger für teilweise 300.000 dollar dollar über die über den tresen ja ähm jetzt sehe ich hier gerade nicht die preise ähm nein ich möchte das nicht ähm crypto punk 635 hier sieht man es irgendwo ja das sind dann also vier mhm mhm 700 eter ja okay 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 ähm nicht dass die jetzt nicht cool aussehen oder sowas aber dass sowas verkauft wird für so viel geld und und ähm das ist halt auch schon das zweite mal jetzt ist das so ein krasses so ein krasses news rauskommt dass irgendwelche nfts für 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 viel geld verkauft werden zeigt einfach der nft hype ist nicht vorbei und ich glaube ehrlich gesagt ähm beeple und co waren nur der anfang von daher ich glaube da wird noch einiges kommen äh macht euch also freut euch auf noch mehr coole coole nft nachrichten die in der zukunft wahrscheinlich kommen die ich hier vorstellen werde und die ich entweder ähm vortragen werde weil es einfach nur völlig verrückt ist oder vielleicht auch einfach richtig blöde aber egal gehen wir zur nächsten nachricht ähm binance coin ihr habt es heute garantiert schon gesehen der binance coin macht einen also legt ein ein run hin damit hätte glaube ich vor ein zwei jahren keiner gerechnet und wenn man jetzt mal schaut aktuell liegt der binance coin bei 580 dollar das ist also schon wieder in den letzten 24 stunden an ein anstieg von 17 prozent das ist völlig völlig krank ähm ich glaube auch binance coin inzwischen könnte der dem ethereum ähm durchaus konkurrenz machen mehr und mehr projekte ziehen auf die auf diese smart chain um und ähm ich glaube ethereum ich klar ich weiß dieses jahr gibt es natürlich nochmal ein update zum thema auf das zum thema ethereum ähm und das wird nochmal einiges geben was da passiert ähm es werden mehr transaktionen möglich sein und was ja auch alles total cool und alles voll schnell wird und so ähm ähm binance hat ja jetzt auch coins geburnt weswegen das ganze natürlich noch an 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 zulauf mehr gewinnt und die und der coin mehr an wert gewinnt ähm aber man sollte gespannt bleiben wohin das ganze läuft ähm binance als plattform ist einfach eine der der größten und einfach auch meiner meinung nach eine der bestgeführten plattformen der ähm der welt und ja ich glaube das ganze wird wirklich noch ganz groß dementsprechend ähm ähm sollten wir gespannt bleiben und ich werde mein auge drauf behalten ja das sind auch schon die drei absoluten top news für den tag heute die ich vorstellen wollte ähm wenn ihr auf dem laufenden bleiben möchtet ich werde weiterhin solche videos machen wo es mal so ein bisschen darum geht was gibt es eigentlich gerade neues gibt es auch mal vielleicht sachen die ähm ähm euch unterm radar hindurch geschlüpft sind ähm dann ähm findet ihr sie vielleicht oder sehr wahrscheinlich bei mir äh alles was groß und verrückt ist wird auf jeden fall hier vorgestellt dementsprechend ähm drückt mal gerne auf den abo Knopf und auf die glocke damit ihr das nicht verpasst dementsprechend ähm werden wir uns bald wiedersehen äh ich danke euch bei fürs zuschauen und ähm ich wünsche euch noch einen wundervollen tag ähm und bis zum nächsten Mal ciao ciao